Yo Leute, was geht? Ich mir... Yo Leute, was geht? Ich mir Zigarettenkünstler. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Yo Leute, was geht? Ich mir Zigarettenkünstler. Willkommen bei mir, bei mir. Heute zu dem Thema Andi Strauss beleidigen und zwar habe ich folgendes. Der Titel ist komplett clickbait. Und ähm... Äh, Andi Strauss ist kein Kinderfeldgeballer Tigger. Scheiße, das kann ich jetzt für mich nicht. Ich brauche es nicht Hitler. Ähm, trotzdem möchte ich endlich dazu Stellung nehmen, was Andi Strauss bei Rocket Beans gesagt hat. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Äh, ja. Viele von euch haben in die Kommentare geschrieben, mach mal ein Stellungnahme-Video dazu. Ich mache es auch nicht wegen den Klicks. Ich will nur, dass da draußen einfach alle Leute wissen, was abgeht an den Bildschirmen und so. Und deswegen hier jetzt mal, äh, der erste Einspieler Andi Strauss. Mias Zigarettenkünstler. Dieser Mann ist ein böser Mensch. Nein, das ist er nicht. Er ist ein sehr hässlicher Mensch. Also ein sehr unattraktiver, dummer Mensch. Aber nicht böse. Ich meine, guck ihn mal an. Guck mich mal an. Guck ihn mal an. Guck mich mal an. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Er hat einige Sachen gesagt. Und ich muss sagen, ähm. Ihr habt zu Recht in die Kommis geschrieben, dass er ein ziemlicher Idiot ist. Weil, äh, 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 juhu. Auf jeden Fall hat Ani Strauss auch noch gesagt, dass ich so, also ich glaube, das war mit, er versucht zurückzufrauen, ich glaube, das war schon mit die heftigste Beleidigung, als er gesagt hat. Er ist eigentlich relativ genau wie ich. 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 Naja, auf jeden Fall, Leute, abonniert den Channel, Codebuschi Channel, abonniert einfach den Channel, abonniert ihn hier und abonniert auch da den Channel. Hier könnt ihr den Channel auch abonnieren und abonniert hier auch den Channel und gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir ein Like. Ähm ... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.